Du bist Deutsch? Ja, ich bin Deutschländer. Ja, top. Dann haben wir das ja praktisch schon in der Tasche. Einer kommt über einen Stein, einer kam über einen Stein. Tut mir leid, Temposfehler. Ist gut. Nur die Besten sterben, Jungen, ne? Alter, ist auch so ein dummer Spruch von meinem Cousin. Alter, nur die Besten sterben, Jungen, weißt du? Äh, Killer Eingang. Sehr schön. The Water Elemental. Kenn ich irgendwo, ja. Ja, die ist nicht so schön wie deine. Gibt's eine Water Elemental, die so schön ist wie meine? Hallo? Nein. Ja, siehst du? Der hätten wir dann auch schon wieder geklärt. Aber diese Waffe ist ja auch schon durch drei bosshafte Hände gegangen. Der hat richtig Geschichte. Wirklich, aber weißt, wie ich meine. Der Geschichts-L-Karten-Schüler, ich weiß natürlich wieder, was meinst. Er ist, ähm, irgendwo. Hast du eine Ahnung, wo der andere ist? Hm, auf der Map? Er plant ihn gerade. Ah, ist aber in die falsche Richtung gelaufen, der Typ. Fuck! Sehr schön. Okay, so. Let's fucking... Danke. Ah, ja! Let's fuck him. Ich würde meine, äh, irgendeine Waffenfamilie richtig gerne zu pläne Möse umbenennen. Das ist das, was mich irgendwie ein bisschen stört daran. Sagt er nämlich ein, ich fail, fail. Oh man, ich hab's selbst gemerkt. Bomb ist dropped. Sehr schön. Der andere Typ ist auch da unten irgendwo, aber ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, warum der 33 Kilometer daneben endet im Keller. Ja? 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 Ja, ich weiß, hab ich bestimmt schon ein paar Mal geguckt. Deswegen weiß ich das. Hacker. Find's ja krass, wie hart die reinhacken, ne? Ist der gut geworden? Ja, das ist gut geworden. Er hat mich geholt. Er hat mich... Der war's nach rechts. Sehr schön. Und der andere ist ein bisschen auf Zack. Ehrenhaft. Ich hab jetzt nicht Noobs. Weil dann würde ich ja sozusagen zeigen, dass die ne Chance gehabt hätten. Hatten sie ja von Anfang an nicht. So viel Zeit muss sein. Oh, danke. Ich hab den 150 Mal gekauft und ich vergesse immer den dir zu präsentieren. Ja, ich hab den anderen. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ein Typ. Zweiter Zoom. Als ob er mich gesehen hat. No way. Hinter dir, hinter dir, der ist gedobbt. Du findest halt immer noch krass, wie hart die reinhacken, ne? Ah ah. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das jetzt nachholen, ist gleich Pfannenländer. Obwohl, ne, da sind gleich Toastbrötchen. Das werden die niemals machen. Ich geh'n so zwei ammunitionierte Profile von zwei Arzt. Ah. Siehst du, der ist am hacken. Der bricht mich einfach um. Das darf der gar nicht. Das zeigt er ja jetzt an. Ich will nicht wissen, wie viele Vollidioten im Moment zum Arzt rennen, ähm, weil sie denken, dass sie Corona-Virus haben, weil sie einmal begustet haben. Ah. Schön. Weniger schön. Perfekt. Oh, der andere ist direkt auf der anderen Seite. Digga, ich glaub, ich hab noch nie den Sinn gemacht. Ah. 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 Oh, fuck. Digga, ich find's halt traurig, was die für Waffen spielen. Als ob er mich neu geholt hat. Oder ich kassier' halt, äh, direkt mal durch die Wand. Alter, der hat so an. Ähm, nein, 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 der hatte drei HP. Leute, folgender Vorschlag, wir gewinnen das jetzt. Wir spielen jetzt mal wirklich richtig schnell. Basti? Alles da unten, noch eine tiefer. Ah. Nice. Aber vor allen Dingen als ob wir ja 7-1 gefürgt haben und es jetzt einen neuen Sensor oder sowas würde. Toon. Danke dafür. Okay, Paul, du callst einfach wie immer alles, was wir haben wollen. 22.000 Abos, 22.000 Comments, 22.000 Likes. 500.000 Likes. Jo, dann, wenn es euch gefallen hat, das ist einfach das, was Paul gerade gesagt hat. Ich habe ihm nicht zugehört. Bis dahin. Ciao.